Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 38 Cent, das heißt also der Markt wieder deutlich nach oben gegangen. 7% an der Zahl hier für XRP und Bitcoin ist bei knapp 24.000. Das heißt also da wurde auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Profit gemacht, da jetzt auch irgendwie fast 9% sagen wir mal. Und generell der Markt reagiert natürlich auch ganz gut und hat entsprechend die Prozente für uns bereit. Nach dem gestrigen Speedrun können wir uns heute auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen für die ganzen Sachen. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und diesen Video dann nach oben gebt. Dann helft ihr mir auf jeden Fall sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Der erste Feed für heute kommt von TheBlock und hier geht es einmal um den US-Republikaner Brad Sherman, der der SEC empfohlen hat quasi, dass sie jetzt mal wirklich die ganzen Crypto-Exchanges angehen sollen. Und zwar in Bezug auf XRP. Denn die Crypto-Exchanges, die quasi XRP getradet haben, die machen sich aus seiner Sicht dann auch wahrscheinlich strafbar, wenn man das so übersetzen kann. Und er sagt eben, dass es sich bei XRP um eine Security handelt. Und er schließt das Ganze ab und sagt, die ganze Abteilung hat schon beschlossen, dass XRP eine Security ist. Und deswegen sollte man auch dem nachgehen und ja, alle Exchanges, die es irgendwie handeln und so weiter, da dann auch quasi zur Rechenschaft ziehen. Übelst crazy Aussage. Und auch Brad Garlinghouse reagiert natürlich darauf, weil es generell einfach ein großes Thema jetzt gestern war. Und Stuart Altidy ist ja auch bei Ripple ziemlich groß. Und er hat auch gesagt, können wir da bitte einen Faktencheck zu haben, sag ich mal. Warum hat er das Recht, das öffentlich zu sagen, ja, wenn es einfach überhaupt gar keine Evidenz darüber gibt, weil ja das Ganze eben noch in den Sternen steht, beziehungsweise im Gericht jetzt eben geklärt werden soll, ob es sich dabei um eine Security handelt. Natürlich auch, wenn das im Gericht so entschieden wird, heißt das nicht, dass es dann auf einmal so wirklich ist. Also das ist ja ganz klare Sache. Wenn ich euch jetzt nicht rechtmäßig irgendwas wegnehme und dann sagt ein Gericht, ja doch, war okay, dann wird es damit ja auch nicht moralisch. Ihr wisst, also das wird ja nicht vom Gericht jetzt irgendwie primär festgelegt. Aber ich weiß natürlich, was hier gemeint ist, nämlich, dass einfach er jetzt sagt, ja, ist ja eine Security und sollte man auf jeden Fall irgendwie nachgehen dem Ganzen. Obwohl das überhaupt noch nicht bestimmt ist, sag ich mal. Das ist noch überhaupt nicht fest. Das ist auf jeden Fall eine sehr harte Anschuldigung natürlich auch. But Guardian House äußert sich dazu eben auch. Und aus meiner Sicht natürlich auch da zurecht in der Form. Dann geht es weiter von dem Crypto Wolf. Und hier geht es einmal um Peter Brand, der XRP Garbage, also Müll quasi, nennt. Und da muss man einfach auch so sehen, irgendwie der FUD auf jeden Fall gegen XRP wird auch wieder größer. So in der Richtung. Es gibt jetzt irgendwie wieder Leute, die da sagen, ja, XRP ist Garbage und so weiter. Auch natürlich wegen Jed McCaleb, ne, als er verkauft hat und dann Peter Brand kommt und sagt, oh ja, genau, that even garbage can make a person a billionaire. Also sogar Müll kann aus normalen Leuten quasi Milliardäre machen. Ich finde, gerade als so eine verifizierte Person sollte man auf jeden Fall immer ganz leise sein und ganz genau aufpassen, was man sagt. Denn, ja, das hat natürlich schon einen direkten Einfluss auch auf seine persönliche Reputation insgesamt. Aber, ja, man sieht auf jeden Fall, der Hate wird größer. Man sieht, da gibt es immer mehr Leute, die jetzt ein bisschen rausgekrabelt kommen. Und ich weiß nicht, ob es für ihn jetzt eine neue Erkenntnis war in Bezug auf Jed McCaleb. Denn, ja, der hat ja schon seit 2014 verkauft. Also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist Peter Brand einfach ein bisschen langsamer. Ich meine, gut, er ist ja auch schon wahrscheinlich im Rentenalter, so wie er aussieht. Da kann man jetzt auch nicht so erwarten, dass da immer alles up-to-date ist bei ihm. Er braucht vielleicht auch ein bisschen länger, um das zu verstehen. Hier haben wir nochmal den richtigen Tweet von Jets, Peter Brand. Und das ist natürlich hier nochmal seine Aussage. Dafür gibt es kein Like, auch wenn er hier schon 170 drauf hat. Wie viele Follower hat er? Mehr als ich. Okay, dann kann ich mich nicht beschweren. Dann wirft MacAttackXRP die Frage auf, warum. Warum die SEC eigentlich das ganze Thema Jed McCaleb ignoriert. Beziehungsweise, warum es da eigentlich gar nichts drüber so zu hören gibt. Weil das überhaupt nicht vorkommt in diesem ganzen Rechtsstreit, sage ich mal. Weil, ja, er verkauft fleißig. Und wenn er da irgendwie durch Geld machen würde, dann müsste die SEC doch auch dann quasi sagen, ey, er macht hier illegal Geld auf Ripple seinen Nacken. Also, auch wenn es quasi illegal ist. Und dann müssten sie eigentlich dagegen ja auch vorgehen. Aber die Frage ist wirklich, warum die da nicht Jed McCaleb irgendwie auch mal quasi hier ranziehen und sagen, hey, du machst da die ganze Zeit Geld mit irgendwas, wo wir noch nicht den legalen Status geklärt haben. Also, mach mal nicht bitte. So in der Richtung. Ich bin mal sehr gespannt, ob es dazu auch was geben wird. Wahrscheinlich einfach, weil er nicht mehr bei Ripple ist, so in der Form. Aber das wäre ja auch irgendwie ein bisschen ein komischer Approach, oder? Dann, wenn man sagt, okay, jede Person, die jetzt nicht mehr bei Ripple ist, die kann jetzt nicht mehr dafür belangt werden, so in der Richtung. Also, hm, irgendwie sehr seltsam. Dann haben wir Ripple selbst. Und zwar ist jetzt ein neuer Fonds wieder eröffnet. Und zwar 250 Millionen stehen bereit für die Wette 2, Wave 2. Und zwar geht es darum, dass NFT-Projekte, Musikprojekte, aber eigentlich auch alles gefördert werden soll. Und das Ganze kann man eben bis zum 31. August hier einreichen. Ist auch eigentlich ganz einfach. Ich habe mir gerade schon mal die Form hier angeguckt. Also, da muss man wirklich nur eben so Name und dann die Idee grob erklären, sag ich mal, und wie viel Geld man haben will, so in der Richtung. Und dann kann man sich dafür bewerben eben. Hier gibt es natürlich viele Kollaborationspartner, NFT-Pro, OnXRP und so weiter. Ziemlich cool. Also, der Fonds ist auf jeden Fall ordentlich. Und ja, generell richtig wichtiges Thema, was hier einfach auch angeschnitten wird und angesprochen wird. Von daher, sehr, sehr cool. Bewerbt euch da, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt oder so, wenn ihr irgendwie ein NFT-Thema habt, was wirklich auch Utility bringt aus meiner Sicht. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich will einfach nur die Board-Apes auf dem XRP-Ledger nachprogrammieren, ich glaube, dann sollte man sich nicht bewerben. Aber wenn ihr vielleicht eine coole, weiß ich nicht, irgendwie eine coole Idee habt oder so, dann schreibt das auch vielleicht gerne und bewerbt euch da dann bei Ripple. Dann gab es auch in Japan ein cooles Meeting. Das sieht man hier einmal. XRP Meet Japan. Ziemlich cool. Also, hat von dem Style auf jeden Fall schon, hat schon was. Würde ich sagen, XRP Meetup Japan und SBI VC Trade. Hier, XRP Ledger Japan Meetup. David Schwartz hat sich auch dazu geschaltet. Ziemlich cool hier. XRP Meetup. Dann eine super wichtige Sache. Das ist eigentlich so aus meiner Sicht jetzt so das heftigste Argument auch gegen Exchanges quasi. Und zwar gibt es ja immer noch diesen Rechtsstreit von Celsius, wo dann ja gesagt wird, okay, diese ganzen Leute, die das auf dem Exchange haben, können ja jetzt Celsius verklagen oder sollten jetzt Celsius verklagen, um noch vielleicht ein bisschen Geld rausholen zu können. Und jetzt sind die natürlich damit auch vor Gericht in mehreren Fällen. Und der Anwalt von denen, von Celsius, hat gesagt, dass Nutzer, wenn sie auf der Plattform sich registrieren und das quasi da ihre Funds hinschicken, dann geben sie quasi ihr legales Recht auf diese Funds ab. Und ja, deswegen, aus seiner Sicht steht diesen Leuten jetzt kein Bitcoin oder kein was auch immer halt zu. Und ja, das ist ja ein sehr großes Problem natürlich. Deswegen hier die Message, take your Bitcoin off exchanges. Generell holt alle Coins von euren Exchanges runter, weil das eine aus meiner Sicht legitime Argumentationsstrategie sein wird in der Zukunft von weiteren Exchanges, die dann sagen, ja, ja, also ihr tauscht ja quasi hier die Funds gegen ein Wertpapier. Und dieses Wertpapier kann jetzt leider nicht mehr ausgestellt werden. Ja, das ist natürlich schade. Also nicht mehr eingetauscht werden, sagen wir es mal lieber so. Und ja, das ist natürlich schade. Aber ihr habt jetzt leider nichts außer dieses Wertpapier, was für euch halt nichts wert ist, weil es nicht die Actually Coins sind. Deswegen, auf jeden Fall, zieht alles von den Exchanges runter. Bitte, 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 ich kann es nicht oft genug sagen. Ich möchte auch bei so einem, weiß nicht, bei einer Insolvenz von irgendeinem Exchange oder was auch immer, bitte nicht, dass da irgendjemand dann auch in den Kommentaren oder so sauer ist und sagt, ey, jetzt habe ich hier meine Coins verloren und so weiter. Es wird überall gesagt, holt das von den Exchanges bitte. Und ja, das ist sehr wenig Aufwand im Vergleich zu wie viel Security und Sicherheit ihr dafür zurückbekommt. Höhö, XRP Security. Dann haben wir Flair und zwar hier, sorry for pushing the Flair price up. Er hat hier den Preis hochgetrieben bei Flair, sagt er hier, von 50 Cent auf 61 Cent mit einem Kauf. Ob man das glauben kann? Ich weiß es ja nicht. Er hat für 51.000 Dollar gekauft. Krasse Summe. Also Respekt auf jeden Fall an diesen Einkauf. Also wenn das 24 Stunden Volumen quasi 171.000 ist, dann hat er mit Sicherheit auf jeden Fall schon safe über ein Viertel da an dem Volumen für den Tag. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob da Flair heftig abgehen wird. Würde ich ihm auf jeden Fall gönnen und uns natürlich auch. Dann haben wir noch Ledger City. Ich muss ja immer sagen, es ist irgendwie trashy, aber es ist irgendwie so trashy, dass es auch wieder lustig ist, sich das Ganze irgendwie anzuschauen. Ledger City Games und ja, die sind jetzt in der nächsten Runde. Also kann man sich hier absignen, kann man sich anmelden. Ich bin mal sehr gespannt, ob das was wird. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann auch Access bekomme und mich dann da registrieren darf. Und dann kann ich hier auch in der City cool rumfahren. Es sieht zwar hier auf dem Bild gar nicht so schlecht aus, wenn wir ehrlich sind. Aber ich glaube, dieses Bild wahrscheinlich beschreibt es ganz gut hier. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das gut wird. Ich hoffe, ich bekomme einen Platz da. Early Access. Dann haben wir noch Fauxjack mit Mr. Pool. Hier ein Strich, zwei Striche und mehrere Striche. Erinnert mich so ein bisschen an so Morse-Zeichen oder sowas. Auch wenn ich das nie so wirklich konnte. Aber SOS kann man, glaube ich. Und am Ende natürlich will man einen Fun-Tweet und zwar von Fix Your Money. Wenn die Miner von Bitcoin alle 10 Minuten einen Block finden, dann fange ich erst nach 9 Minuten 59 an, weil das spart Energiekosten. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich glaube, man hat einen sehr guten Trick bzw. Strategie gefunden, wie man sehr gut Geld sparen kann. Sollte man auf jeden Fall überlegen. Also sehr, sehr nice kann ich nur jedem empfehlen. Seitdem habe ich Productivity quasi um 100% erhöht und meine Kosten um 100% gesenkt. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder das Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.